hallo im moment ja so hallo ich bin jetzt immer in die kamera rein ach so er ist ein kleiner wiki tiki ja und ich bin immer mit der falschen was man nicht richtig ich jetzt einfach diese hand die ganze zeit hin und her ich habe jetzt ganz komische handzeichen und dann gucken irgendwann januar wir nehmen aber jetzt auch schon ins ist er und wie hast du weihnachten gefunden war gut oder ja ich muss gestehen ich habe nicht mal wirklich pein wie ich weiter ich auch nicht aber ich muss anscheinend jede menge geschenke doch hier drin ist was hier in dem obstein innen drin aber wir sind eh viele worts wir müssen viele worts töten weil wir beide achten ja ich habe noch gar keins ich auch nicht ich habe aber fleisch und da kann ich dir dann gleich wieder bach kochen draus aber ich weiß aus erfahrung dass sie doch begleitet durch die wölfe durch zu ja gut machen wir möchte starten ja waren wir nicht schon bei jure ja laufen jetzt einmal wieder zurück aber gut wir können haben gerade auf dem weg alles getötet jetzt auch mal rengt diese wölfe halten sich oft unter die bäume versteckt gut da längst ist einer den erde der gleich bestimmt oder auch nicht aber den hättest du ja gut dann erde ich und hol mir gleich noch den nächsten ran weil jetzt sind wir zu dritt ja weißt du nicht ob der schaden macht aber ist ja egal mein zweites schon habe ich mein erstes vorhin bei dem wolf hier vor der da was da hinten liegt alles klar nicht mitbekommen ja ja ich ist es sind halt die folgequests es gibt in 1000 1000 nadeln gibt es für uns eine folgequests da gehen wir glaube ich knapp ja das geht die ganze folge glaube ich da gehst du ewigkeiten nach und ständig kommen irgendwelche gegner die wir da angreifen boah das ist zum kotzen 1000 nadeln wird aber ein schönes gebiet da müssen wir unbedingt hin ich vermisse das alte 1000 nadeln so sehr weil das neue ist ja einfach zum kotzen die erste quad quest kurze über kurze frage wir sind ja jetzt vorhin angefangen hier zu zocken und erinnerst du dich dran die 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 vierte folge das jetzt ist die wir jetzt aufgenommen haben also die hier ist das jetzt die dritte heute ja ja okay weil ich möchte ich an dieser stelle ganz kurz erwähnen alle leute die sich das hier wirklich ernst und angucken wünsche ich einen guten rutsch ins neue jahr denn heute ist offiziell dann silvester wenn diese folge erscheint wenn ich mich nicht vertan jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen wir haben drei bilder gemacht oder das ist schon die vierte ist das so das ist schon die vierte ja moment nicht das kann ich dann haben wir wieder zu den 1 2 3 4 doch ist die vierte folge ja dann muss ich sagen frohes neues jahr dann auf jeden fall ja ja gut habe ich im vorfeld nicht darüber nachgedacht ich hoffe ihr hattet alles in meiner so viel dazu ja stimmt dann dass er hier gar nicht gedacht ist man irgendwie also wenn wir dann so stufe 40 sind und es ist dann noch mal weihnachten dann machen wir eine special folge ok ja alles klar aber ostern kommt ja auch noch vielleicht schaffen wir es ja sogar bis ostern damit 40 zu werden hoppala falschen anvisiert glaubst du ein schimmer wir sind jetzt bei welcher folge ist das wenn das die vierte ist das nicht das müsste jetzt die neunzehnte folge sein ja wir sind level 13 kurze in diese richtung hier und hier ist auch ein wolf alles klar also ich habe dieses wo es da oben also ich glaube das projekt wird uns garantiert noch ein jahr lang begleiten ja aber sie auch schön macht spaß auf jeden fall es sei denn die beträgen und machen ja so ein ding ins rein also ich weiß nicht also wir könnten es schaffen also das ist jetzt mal so hoch geheime informationen wenn wir jetzt mehr aufnehmen im vorfeld könnten wir es schaffen wie vor nachs ramas raus ist 60 zu werden dann habt aber ihr folgen es kommen ja auch alle zwei tage bloß raus dann hätten wir ziemlich viel vor produziert oh ja weil wir sind jetzt schon wir sind jetzt schon im januar ja das richtig was aber auch gut ist weil wenn wir dann irgendwann mal so nenn pass haben und ich habe mein erstes herz alter ich habe hier das ist ja auch die verfärbten bohr kerze da habe ich aber vorhin auch ein paar verkauft wie kannst du die verkaufen es sind keine quest gegenstände die brauchst du zum beispiel auch für den mittleren heiltrank und 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 tatsächlich weißt du da kannst du wenn du dann mehr finden solltest die kannst du mir dann einfach geben okidoki nice ja wir klatschen glaube ich die ganze folge dann nur worten kann das sein bisher ist das so ja ich muss verstehen diesmal habe ich nicht auf die urgen schaut wir sind jetzt genau bei sieben minuten traumhaft mit abzug des intros also mit intro wir uns jetzt dann wahrscheinlich so acht minuten mittlerweile schon weiß nicht wie lange das nicht so lange ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung wie lange das geht zehn sekunden 15 keine ahnung wie sowas die neue endcard geht auf jeden fall 20 sekunden könnt ihr euch mal anschauen die neue endcard ist gut man klickt auch auf eins von den beiden und fangt einfach noch mal von vorne an zu gucken oder guckt man auf war kraft oder guckt pandaren geister pet battles bei rfc erst bis januar noch ein paar mehr machen stimmt aber die könnte ja auch angucken sind ich habe das ganze level übrigens schon wieder erholung ja ich auch weil man ja nur erholung geht ja nur weg weil man gegner tötet also die erfahrung aber jetzt stell dir vorwerten keine erholungsbonus dann würden wir 41 bekommen ja wir brauchen 11.000 ja das ist echt hart ne wir sind halt auch das ist da bin ich froh dass wir nicht zu dritt oder zu 14 weil wenn wir jetzt zu viert werden werden wir mit in der 19 folge noch niemals sehen ja vermutlich ähm ne wir töten uns jetzt nicht durch die borger nein wir brauchen ja noch hier herzen das ist halt blöd aber ich hab schon wieder acht weniges wolf reich wenn ich dann gleich wieder kochens gehen das wir sind keine bohren auch doch da ich bin mir nicht sicher aber ich glaube wir sollten dann wieder umdrehen wir hier sind ja jetzt auch bären wieder ich bin auch eher für umdrehen weil wir dort ja auch die quest abgeben stimmt oder wir machen sie jetzt nebenbei ja gut wir wissen jetzt nicht was wir für eine folge quest haben ach weiß ich leider auch nicht aber dahinten sind schon wieder wo äh linken bereich ok da wo wir angefangen haben diese schnitzel das heißt die respawn jetzt wieder das ist ich freue mich schon aufs scharlachote kloster schön vier indies durch machen vielleicht bibliothek ist meine indie im friedhof braucht keiner von uns was aber waffenkammer ja da kriegst du doch deine erste set ach ja genau und für mich ist ja auch was dabei hier von der blondlocke oder weißlocke heißt sie glaube ich weiß nicht ich habe keine ahnung wie sie heißt auf englisch bei priest irgendwas bei scarlet commander morgan und und dann gibt es noch drei dann gibt es noch die drei rams im friedhof der akkanistoren droppt hier nicht mal seinen ring er hatte ich weiß ja ein stab aber der hat weiß nicht wann er den bekommen hat aber einen epischen ring hat er da mal getroppt dann hat er irgendwann zu ich bin mir nicht sicher ob der ring erst dazu kam mit mop als da im hc ein legendärer dingens ring droppte ein epischer das da auch im normalen was droppte oder ob es ein dingens ne es war ein ring von doran so hieß der auch keinen schimmer willst du wollen hier versteckt ich glaube die folge machen ein bisschen länger neujahrsfreude ja auch wenn die eigentlich schon die letzte war ja ist egal ich krieg nur sinniges fleisch verdammt der mist aber ja wir töten weiter vor wo ja weißt du was ich fertig was aber der quest habe ich fertig okay ist noch eins bekommen ich kann ja jetzt abgeben ja dann habe ich hier da ist noch einer vielleicht immer doch noch mit der regulären zeit fertig gibt es ja nicht ne kriegt nur sinniges fleisch habe ich jetzt schon 13 halte was machst du denn mit dem armen und warum ist mit dem ersten schlag fast tot der wird schon wieder eins hat links rechts schelle da hinten das spieler auch der schulke von früher guck mal der wartet darauf dass wir den guten damit er den kirchner kann ich warte auch hallo hallo und schüss wir brauchst du noch 1 2 1 1 1 1 1 das gilt du genau das ist gut dann triffst du auch mal ja jetzt schon wieder kommt wie so ein geier alles klar du hast das letzte für mich alles klar die letzten drei herzen habe ich von dir ok ja die quest kann man aber sogar noch abgeben ja aber da müssen wir auch zu dem anderen zu ihm was fällt oder wie das hieß die war es eben war und hier war bloß die escort quest rezept für den tod auch für die quest müssen wir schon wieder nach an der sitziger wir sind so dumm wir sind so dumm rezept für den tod ja jetzt die herzen und das blut die hätten wir auch in unterstadt abgeben müssen ja dann lass es das auch so machen dass wir die auf screen abgeben die werden wir gleich auf screen abgeben also nicht wundern über weil es könnte sein dass ich mit der abgabe der quest tatsächlich schon wieder ein level haben werde und ich dann mit den nächsten im grab mal wenn wir die dann abgeben weil sie ziemlich gut aus bei mir ich habe hier fertige quest wenn ich gucke und ich habe gar nicht auf die map geguckt ob die der richtig sind ne nach grad mal ins grab mal müssen wir die bringen na der ruhestein ist nicht ready wollen wir da haben als haus kommt ja wobei der schuka hat ja glaube ich alles weg im herzen ich gucke trotzdem mal rein nochmal ich töte den typen da steht einer kann mich nicht bewegen ja also du hast alles gegeben ich habe alles ich gebe alles ich gebe immer alles er hilft uns und er hat uns den eingeklaut so ein sack welchen ein auf wen schlägst du auf den hier ich habe kein schlimmer wenn wir einfach was ich habe noch einen spott so ich halte ich noch mal vielleicht noch einen heiltrank sonst auch ja weil ich bin jetzt um kann ich noch ich kann dir noch ein hot geben wenn die alles ausläuft das läuft passt hier alles gut ich hoffe wir hätten jetzt über den verfault nicht töten müssen für eine quest ja ich würde sagen hier beenden wir die folge oder ja zwei minuten guter guter abschluss hier würde ich auch sagen tschüss ciao ja